willkommen zurück ja mich hat es gerade rausgeschmissen aus dem spiel und dann wird mein stream auch gleich gleich beendet also wir sind back naja egal starten wir einen neuen stream nicht so schlimm hauptsache fliegt nicht wieder raus eingeladen habe ich jetzt ja bis drinnen gut sehr gut das war natürlich doof jetzt so einfach ausgeflogen sind aber wird zu machen gut also munition habe ich jetzt habe ihr seid alle alle bereit ich kann mir aber keine verbände ausrüsten weil ich keine aber sonst bin ich bereit alles klar gut gut naja wenn wir etwas finden kannst du den nut erstmal haben du hast am wenigsten macht macht am meisten sinn dass du ein bisschen in der letzten season aber meistens halb für die ja ja du kommt noch ja wie gesagt musste nach der zeit muss immer besser das war wie bei allen so ok habe ich startet muss noch mal kurz den pc an machen schnell den die tamp nix da ist denn jetzt ja wie schon ändern so wie alt bist du denn überhaupt 14 oder 15 du bist 14 ich habe ein wachstum also meine pubertät ist ja schneller gekommen als normal ich dachte mindestens 25 ja und ich bin zwei meter mit 14 ja ich hatte wachstum probleme hatte probleme mit pubertät zwei meter mit 14 ja hast du aber keine probleme hoffe ich also wächst du jetzt noch oder hast du jetzt seit einem also seit diesem jahr wachse ich jetzt nicht mal so schnell wie letztes jahr habe ein halbes jahr dann sogar ein ganzes jahr spritzen abwechselnd in meine bein muskeln bekommen sind deine eltern dann auch so riesig das war nur bei mir so okay also dagegen bin ich absoluten erdnuckel mit 14 heute scheiße aber jetzt mal ehrlich ist 14 bis nie gedacht ja heute ja heute ja nicht so schlimm ist ja ja erste tiefe stimme halten was ja nicht schlimm ist so bleibt immer wieder scheiße so ausgeflogen sind stört den flow ein bisschen so also gehen wir erst mal wieder zur antenne also wir gehen meistens zur antenne dann machen wir uns einen überblick wo sind die alle und dann wissen wo sie sind der große plan machen größte probleme wissen von hier aus aber auch nicht so richtig wo wir lang müssen ich glaube hier oben auf dem berg lang da ist eine kommunikation ist ja wir laufen erst mal zur antenne und dann können wir gucken wo die sind wissen also also einfach mir hinterher ja ich komme ich bisschen mit den maps klarer dann ja gut die map haben wir auch noch nicht so drauf also dieses jahr hat man nicht nur ein zeichen was antenne ist und so weiter so jaja das meine ich vielleicht komme ich dann damit wissen kann auch ja wenn du fragen hast jetzt hat ihn jetzt kennt und du hast du von dem hast du den geräusch hier oder die höre ich die geräusche ja genau genau hier habe ich wissen gut gefunden das ist gut ja wieder da folge herrs ist das spiel das abgestürzt wobei gerade davon gesprochen haben und wenn das spiel ein spiel abstürzt dann macht die playstation auch in stream aus und dann fließe sofort zur live steht aus live stream ich möchte sagen ja es müsste ja jetzt jetzt stört so nicht aussteller voll was wirklich gute viele leute drin im stream auch immer ist dann der voll war liegen sie alle raus das ist natürlich doof aber naja gut aber ich sind ja schon hier ja bin jetzt bei einem angekommen bist du dran du musst du ja die wahl vor kurzem welchen recht hier noch irgendwo jetzt können wir die karte jetzt auf und siehst du wo nadine jetzt markiert wo die wo die sind steuer kreuz da oben ok da sind also alle da hinten alle da hinten ja das ist ja wirklich bekloppt hinzukommen ja kommen dürfen wir da hin dass wir ein bisschen action haben man kommt ungefähr die der droppe nicht der droppe ich meine ding ist dieser bereich also du meinst die die zone also der und die die radioaktive zone ja ja es habe ich noch gar nicht so gestoppt musik sagen aber so ungefähr weil in der art oben rechts irgendetwas auch genau was bedeutet also mit roten pfeilern naja auf der karte meinst du ja das heißt nur dass von oben rechts die zone kommt das heißt wenn du in die zone kommt und du nach oben rechts läuft kriegst du mehr schaden weißt du deswegen immer in von der zone weg laufen umso mehr und ja und so mehr in der zone drin ist umso mehr schaden kriegst du denn also umso röter die karte ist wir sind ja noch so weit weg ich weiß gar nicht warum ich krieg auch da wieso nicht du bist leise gewesen weil ich leise aber sonst mal ist renne so niemals wird nie zu dir sagen doch mach ich glaube ich habe ihn gesehen ja hier wo käme früge du meinst jetzt wenn ihr da wenn du da liegst meinst du den 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 wenn du kämpfst meinst du sicher gehen ist ja eigentlich nur schlecht wird da auf der map ambushes auch wird angekommen wird angekommen ja vor allem den norden ich bin groß also hier vor dir ungefähr vor mir war da hinten liegt er da oben hier unten ist ohne einer irgendwo ein bus bei dieser ich habe einen ein paar öfters mal getroffen auch genau ob es jetzt kommt ja ich habe ihn schon öfters getroffen was gut ich habe hinter mir glaube ich habe ihn gehört hinter mir ist ja noch ein guck hinter dir ich kann hier oben eben passen oh von allen seiten ach man okay ist tot ich habe jetzt von beiden seiten das war doof ich war unten da guck mal ja der markieren den ausgang da kommt raus guck mal siehst du da liegt er geradezu siehst du auch ein berg links davon da geht es runter siehst du den oder ich habe eine andere ansicht von hier aus also egal ich packe dir der ausgang ist zu gut hier runter rennen also rechts runter welche nummer hast du 23 ja ja das ist ein tolles ja was runter da hast du jetzt ehrlich nach dem treue sucht ich hätte ihn noch mit ihm und du hast doch alle tolle na und da wegen punkte alles nur wegen der punkte finde ich ein bisschen schade also noch mal zurück zur früge versuchen könnten und ich habe ich die also von jens nach drei minuten ja genau nach zwei minuten keine ahnung finde ich schon mal gut dass das gemacht haben aber wie ja wie jens das video gemacht hat wenn er sich ein bisschen bewegt kannst du schon ein bisschen austricksen aber was mir aufgefallen ist jetzt merkst du oft wie das jetzt los geht so oft wird jetzt dieser dieser schlag dieser ja ist denn dieser schlag überhaupt ja mörserschlag mörserschlag aktiviert dass das da wirklich so viele kämpfen was machst du jetzt hier ist noch schnell glas für meine blöde daily du weißt doch so wird zeitlos sein ja ich bin ich bin mir jetzt nicht sicher zwei oder drei minuten heute im grunde nicht schlecht dass ich dachte erst dass das jetzt so machen dass du markiert sowieso wie ein teamkiller oder wie wie die wende wenn er ist gefährdet bist du als bedrohung markiert aber draußen kurz vorher bleibst du stehen aber ja das verwende habe er hofft dass ich ein paar autos machen kann dass hier noch was ist denn aber nö nö aber nö so gut da liegt schon wieder in ambush kann dass man jemanden halten kann ja ja aber so ist das spiel da muss man das leben war so gut ein dinges waffenteil bekommen waffenteil ach so ja ja das sind komponenten ja die kannst du dann 90 90 er hatte nämlich auch schon ausprobiert mit dem mit dem kämpfen mit dem rumliegen und wenn man es kommt also wenn ihr fertig moment ich pack noch schnell eine waffe ein und 90 schuss 90 schuss ist ja 90 schuss ist ein bisschen kürzer und waffen kann ich mir vielleicht eine bam und kann ich das kann ich vielleicht okay achte ich mal drauf ja hast du da vorhin gesehen wurde er da in der ecke bei den schiffswerken ne scheiße das ist ein roter kreis stimmt ich muss die pistole wegpacken muss die pistole wegpacken ich kann keine munition dafür kaufen also ich habe besitze keine munition dafür ja du hast den bauplan noch nicht nein den bauplan habe ich glaube ich nicht wenn den bauplan hast dann kannst du die munition auch herstellen also der bauplan ist sind wie heißt das äh zahnräder ne äh zahnräder also die der dings nicht zahnräder sondern keine ahnung zangen äh guck mal kurz im stream ich weiß glaube ich schon was du meinst aber guck mal kurz ganz kurz erklären bist du im stream äh warte ich hab mir gerade nur die schrot und dings geholt und dann zeig ich dir mal kurz weil ich meine warte ich muss im stream nochmal dann noch ganz vorne machen alles gut also warte ich schalte mich dann das ja genau 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 also ähm du hast hier in der mitte steht ja jetzt the john ne und da hast du komponenten und mit den komponenten kannst du und du gerade gefunden hast von der p90 äh kannst du die waffen bauen rechts davon ähm hast du da steht werkbank stufe 11 von 11 da musst du deine werkbank so weit aufleveln dass du die waffe herstellen kannst darunter steht der bauplan wenn du den hast also entweder kannst du die waffe mit der komponenten herstellen oder halt mit den mit rechts mit den ganzen sachen das heißt also die werkbank muss auf 11 sein ähm jetzt bei den bei dem messer jetzt du musst den bauplan haben und die komponenten äh quatsch die materialien und materialien sind ganz oben am bildschirm da siehst du siehst du bei mir zweit 262.350 und die materialien brauchst du auch sie sind unsere herstellungs materialien ähm und die werkbank siehst du hier die ist halt hier vorne ganz am anfang hier ganz links ähm die habe ich jetzt auf 11 ähm 13 stufen gibts ja mehr gibts da eigentlich nichts zu sagen also wenn du wenn du jetzt im grunde die die waffe herstellen kannst da hast du automatisch auch die munition die dir dann herstellen kannst hier hast du so einen schlüssel davor ja das wort koffe die konnte und dieser weiterhelfen ein bisschen versetzt er sieht sie erst ein bisschen später beim stream das könnt ihr nicht sagte tüchner da habe ich entschuldigt das heißt da kann ich zu buchen genau genau die werkbank fährt die heizung so von mir aus können wir um können wir loslegen können loslegen warte ich kann mal meine munition alles gut ja alles ist genug für den loslegen ok ich habe die klinischen ausbaut also dann spielen wir eine neue map aber ich bin meine alte map so sind wir mal verrückt und jung und frei ja und umso mehr die also gut empfehlen auf jeden fall sehr viel materialien in deine werkbank zu stecken dass du also dass die wachen bauen kannst du kannst ja entweder runterlaufen oder du hast machst halt steuerkreuz steuerkreuz und dann gehst du zweimal zweimal mit r r1 rüber da hast du die ganzen ich glaube unten darf ich erstmal meine werkbank da ich glaube wenn du runter gehst kannst du die abrufen ich kann dann spyro und so weiter kaufen aber ich weiß jetzt nicht wo ich sie abrufen kann ich sehe gerade dass ich das jetzt mache und das dauert jetzt 5 minuten ja genau ok also ich muss das erstmal abwarten bis ich fertig bin mit dem was ich schon angefangen habe wo aus polen bist du denn eigentlich wo das nennen ob du den ort kennst aber genau genau wie ich jetzt in deutschen auf polnisch das wort sagen kann dass hier es besteht das war nicht sag mal auf polnisch soll ich sagen wo ich geboren wurde oder woher also soll ich sagen wo ich geboren wurde ja sag mal ich hab mich spannend gut hab ich schon gesagt wo ich achso achso geht es gar nicht als ah ok ne kenne ich nicht ist das weit in polen drin von deutschland aus gesehen das musste ich meinen eltern fragen ja in Deutschland wurde ich geboren war da 6 Jahre alt da mussten wir ausfahren weil mit dem polnischen Geld ist es ja schwerer zu verdienen als mit den deutschen Menschen allerdings 1 euro ist in polens ungefähr 4 äh Sorte nennt man das genau ja ja ich kenne es ich kenne es wir haben ja in der nähe von polen gewohnt früher mal 1 euro ist ja das 4 fache von den polen ist ja dann kommt das ja genau genau ich kenne ich ja aber es ist besser dass man ja eine gute idee von meinen Eltern umzusetzen aber das finde ich auch ein bisschen schade ja wir haben in der nähe von polen gewohnt hier wohnt in der nähe von berlin was bekomme ich da denn geil ich bekomme gleiche materiale da hast du die elektronik bekommen kommt nochmal abgebrochen jetzt ich starte nochmal neu die web wenn nicht was los ist warte ich möchte noch davor das machen hier so naja naja ich bin gespannt ob hier unten noch was kommt kommt könnt gerne starten wenn ihr ja ja ist schon gestartet aber irgendwie findet ihr noch keinen server das siehst du unten ob du gestartet ist unten links am bildschirmrand ich weiß dass es da unten steht aber bei mir steht da auch gar nichts dann frage ich mich an aber die steht gar nichts dann brech ich nochmal ab ähm keine ahnung ob ich irgendwer das falsche gedacht habe oder so aber ne ne das ist nichts falsch gemacht deswegen na gut bei mir steht es aber auch wenn ich hier in dem bitschirm bin äh steht das bei mir rechts unten ne ja ne aber ich meine ich generell in der lobby bin ich wenn ich auf option drücke aber da unten links stand nix dann sind wir auch gerade auf das ich habe noch mal ne ach so ne ich habe noch mal ne einladung geschickt ich bin schon auf option drücke bin ich schon drin aber wenn ihr wollt kann ich das nochmal an da hinten nehm du mal an naja jetzt hat es durchgeklappt ne ja ja hat geklappt nix ok jetzt steht es wieder da gucken hast du den großen der würfel wissen wie man das schaffen soll und dafür ja habe ich auch irgendwie durcheinander gemacht die strahung ist komisch und so weiter ja also erst auf die steuerung verstehen und dann hat das ding vielleicht lösen erstmal habe ich durch in der namen mit irgendeiner steuerung macht jetzt was ich noch zu anfang nicht verstehe naja das steuerung schon ziemlich komplizierten da muss noch gucken wo die ganzen naja sicher steuerung gemacht in der einzigste daten das einzigste daten ja okay ja so große waffen haben sie jetzt auch nicht bei der vorne zwei haben nur messer bei der hier eine punkte grüß kann naja du musst doch gehen mit mit viereck ganz zu drücken und dann sich die ganzen genau das mit der einzelne und l1 rüber zwitschen hat man gepackt hat eine uziegende art das muss ich fehle noch auch mal nicht das muss ich mal gucken ob ich in ganz hau war die antenne boah scheiss warte ich muss was machen dass es hier nicht zu laut wird und so dein bruder war ja du hörst uns ja denkt ja gut er wird schon nachkommen dann ist gut oh ja ich hab mich gehört hallo ja 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 ich musste kurz Zeitzeit wechseln weil das was ich habe ist jetzt besser oh ja das ist viel besser naja ich hatte jetzt die original im playstation komplett was ich auch dazu bekommen habe ja das ist besser auf jeden fall jetzt kann ich hier einen troll zu suchen ich fasse es nicht naja aber wenn da gehört hast dann ist er nicht hier ja wir sind nur geradeaus ja ich bin gerade bei Dings äh wie kann ich euch beide nennen ich bin Nadine ich bin Andy hier schmose hier schmose hier schmose da sitzt er oh unterm baum ähm ähm soll ich auch meinen originalen Namen sagen oder also echten oder muss es nicht sagen wenn du möchtest kannst du musst du nicht also das ist dir frei ist dir freistellt ja dann sag ich mal äh 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 echt meine abkürzung meines namens heißt jamik was die abkürzung ich sehe den troll nicht der satz unter dem baum kam noch markiert das erste ist wirklich wir suchen den troll ich stehe immer wenn immer so ein kichern hörst und es ist ein troll mal komm mal her jetzt zeigen dir mal nadine hat ihn gleich aufweg ja das ist erst mal wieder zurück muss doch hier gewesen sein, oder? Einfach so weit weg? Ja. Genau. Hier sind so kleine Treuze. Kannst du nehmen. Und ähm... Sammeln. Kannst du sammeln. Das ist so ein Sammelobjekt hier. Also ungefähr so wie Easter Eggs Mini. Was meinst du? Ja. So kann man auch sagen. Mini Easter Eggs von der Map. Ja. Ja. Ist halt... Ist halt... Du sitzt immer woanders. Du hörst dann so lachen. Wenn so ein Kichern hörst, ist er irgendwo in der Nähe. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Cool. Ich hab zwei andere gefunden. Äh... Norden... Toll. Also Norden-Osten. Ist das gleich voll? Ja. Ja. Ich hab so zwei Leute gefunden. Ah! 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 Körser! 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 Hier oben! Kann ich rumlaufen mal ein bisschen? Also... Okay. Ich... Gleibe gemein. Die auch noch. Könnt ihr die markieren? Ja. Hier irgendwo. Ich... Okay. Weil... Ich hab letztens gesehen, da sind zwei Leute. Ich hab was gehört. Ja. Die sind nahe zum Ausgang. Der sitzt hier. Einen habe ich. Ja gut. 2. Heik. Dann kannst du mal gucken gehen, ob sie was bei haben. Ja, nimm dir mal die Waffen raus da. Gute Waffen. Äh, boah. Sind sie... Sind sie... Sind sie geschwungen? Ja. Die Kisten muss auf Vierecke... Äh... Die eine... Diese rumliegt, ja. Guck mal. Hier guck mal. Hier guck mal. Die sind besser hier. Und hier. Hier. Oha. Ja, der Schatz. Haha. Ja? Ach Quatsch. Was ich dachte schon. Für ihn ist das jetzt wie ein Schatz, Mann. Oh. Weil er jetzt Waffen hat. Ja, nimm so... Also warte mal. Warte. Ich hab jetzt... Warte, ich muss ja Munition nochmal nehmen. Drück mal einfach Viereck. Drück mal Viereck. Komplett. Und jetzt gehen wir hier noch ran. Und drück mal Viereck, wo Nadine gerade dran ist. Na, da. Dann hast du auch Materialien und so zum Ausbau, ne? Ja, Leute. Ich brauche jetzt eine spezielle Munition dafür. Kann ich auch irgendwas weg tun. Am besten wir gehen jetzt schnell raus, dass du mal ein bisschen was hast. Also ich muss da was weg tun. Ach so, weil wir das helfen. Ja, ja. Guck mal. Wir sind ja gleich im Ausgang hier. Ein Ding ist... Hier ist so eine VZ. Schatz. Ja, das wegpacken. Aber ich brauche noch andere Munition. Ja. Ach komm. Und mich hier. Ach. Ach. Ach, ich bringe dein Zeug in Sicherheit oder nicht? Ach ja, das hat er wenigstens ein paar Waffen. Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Ach. Ist schon ganz gut. Was du jetzt nicht brauchst, musst du jetzt wegpacken. Also, wie kannst du jetzt wegpacken? Genau, du musst... Du musst... Du musst daran denken, dass du jetzt nicht... Die Sachen, die du nicht brauchst, wegpackst. Also... Wenn ich alles wegpacke, muss ich einfach auf Waffen gehen und... Na, du musst einfach... Ja, einfach auf die Waffe gehen und X drücken und dann ist dann dein Inventor. Also... Steuerkreuz nach oben, dann rechts rüber, bist du auf Waffenausfall. Auf gehst du auf den Waffenrat da und legst die Waffe zurück. Danke. Das mache ich auch gleich mit der Munition. Also, ich habe eine Frage, weil einer von euch hatte einen Rucksack. Pink, das... Er ist nur... Er ist nur Deko. Das wäre doch cool, wenn du den Rucksack so ein bisschen erweitern könntest. Kann mir doch. Kann man wie alles wegpacken oder nicht? Die Waffe, die du willst mit dem willst, pack erstmal alles zurück. Und dann nimmst du die Waffe aus. Ich habe nur eine Reflexionskörner. Ja, das ist... Wissen hier, ob du das Call of Duty kennst? Ne, doch Call of Duty kennst. Das ist wenn... Also wenn weit jeder weg liegt und snipert, dann funkelt es zu leicht. Dann sieht man die Reflexion von dem Scope. Und die simulierte, da kannst du denken, dass da in der Lied und... Ja, dich anvisiert sozusagen. Was ist das? Warte, da muss ich noch mehr ein paar Waffen Equipments... Ich bin immer am Ladebildschirm. Ja, ja. Ich bin gerade rausgeflogen, okay. Also muss ich einfach mal... ... hoch hat er in der Truss. Ich zwei davon... ... So... Jetzt schoine ich gerade wieder rein. Äh... ... Haus ist bisschen schöner geworden. Hast du ja abgerated, ja? In das Haus? Äh... Ich habe... ... das... Da steht ich... ... und das muss ich... ... äh... ... mit... ... da steht... ... ich bin auch Werkbank und die ist gerade bei mir auch Stufe 2, aber wenn ich... ...ix tue passiert nicht... Ja, da hast du die Komponenten noch nicht. Ähm... Guck mal noch mal kurz ins Team, dann kann ich es noch kurz noch mal zeigen. Okay, also... ... kannst du mir auch zeigen, was ich für die Werkbank Stufe 3 brauche? Genau, also wenn du jetzt im Stream guckst bei mir... Warte, ich muss dann den Stream noch mal ein bisschen vollpusten. Ja... ... alles klar, kein Problem. Ich gucke bald gerade. Ja... Warte... ... hier muss ich mein Mikrofon wieder schalten. Alles gut. Also im Stream siehst du sie jetzt hier... ... siehst du ja die Werkbank... ... ist bei mir auf 11... ... und wenn du mit dem rechten Controller... ... äh... ... mit dem rechten Steuerstick... ... runterziehst... ... dann kannst du hier auf der rechten Seite... ... ähm... ... siehst du dann Warte für Materialien brauchst... ... also Metallteile... ... und Chemie... ... und unten... ... unten links siehst du ja... ... da habe ich... ... 1974... ... äh... ... Metallteile... ... und die Sachen brauchst du halt... ... und wenn die dann ähm... ... ähm... ... wenn du die dann ausbauen kannst... ... ähm... ... jetzt verstehe ich... ... äh... ... es brauchen noch bessere Materialien... ... genau... ... genau... ... das reicht ja nicht... ... 75 von 228... ... genau... ... und dann ist jetzt so gelb hinterlegt... ... das ist aber... ... dann ist das Zeichen nicht weiß... ... sondern gelb... ... äh... ... welche Material ich besitze... ... ne... ... genau... ... unten links steht es dann... ... genau... ... richtig... ... jo... ... so... ... starte ich mal in nächste Runde... ... hast du... ... hast du deine Waffen ausgerüstet? ... äh... ... warte... ... ich guck schon mal... ... ich muss selber noch zurückpacken hier... ... scheiße... ... hab schon alles zurückgepackt... ... ja... ... ich... ... bin doch beim Bummeln... ... äh... ... bin eigentlich gerade... ... ok... ... dann starte ich jetzt... ... äh... ... ich bin eigentlich gerade... ... jetzt machen... ... so... ... ja... ... da... ... dann können sie noch ein paar Kisten aufmachen... ... ey... ... ich bin auch noch schnell auf die Toilette... ... bin da wieder da... ... und wo wohnst du jetzt in Deutschland? ... äh... ... der Ding ist äh... ... Wassenberg... ... Wassenberg... ... wo ist das... ... äh... ... in der Nähe von Wassenberg... ... wo muss ich... ... Wassenberg... ... hm... ... sagt mir nichts... ... also in Deutschland... ... genau... ... bei NRW... ... aha... ... ja... ... wir sind äh... ... aus Brandenburg... ... mal gewesen... ... ach... ... einer hat mit den 90... ... eine Akademie... ... also zwei Zweierteams... ... und eh noch alleine... ... ganz alleine... ... zwei Zweier... ... und eine... ... eine... ... ein Solo... ... ja... ... so... ... ... okay... ... jetzt los... ... ich... ... los... JA... ... ich bin doch... ... aber die Antenne ist... ... die ist ganz weit... ... die war trotzdem... ... die war trotzdem... ... oder... ... so zum... ... Antenne... ... genau... ... so Antenne... ... ja... ... äh... ... so... ... so... ... die ist auf eins... Bei zweit ist das so ein Signal, keine Ahnung. So ein Störsender. Da kannst du die dann, wenn man die scannt, kannst du in einem bestimmten Umkreis die Leute dann nicht sehen. So, okay. Also wenn wir da. Aber mir wird die Antone, die hat auf der Karte nicht angesagt. Okay. Das wäre ja gleich... Guck mal, hier ist nur eine Waffe, in der Kiste kann man aus, was in die Volution eine steckt, aber... Ja, geh mal gucken. Sorry. Wollen wir schnell gucken, was wir hier brauchen. Hier brauchen wir Benzin 5, um hier rauszukommen. Äh, ich hab, äh, nee, ich hab bloß kein Benzin. Nee, nee, ist alles gut, alles gut, alles gut. Und nimm mal alles mit, wenn es was... Ich hab 6 Benzin, ich hab 6 Treibstoff. Äh, die Waffe bringt mir gerade gar nichts. Ja, ist ja halt wahr. Na, nimm sie trotzdem mit, dann kannst du sie ja mit rausschleppen. Kannst du... Ich hab, äh, Waffen mit Munition mitgenommen. Keine Ahnung, welche gekriegt, was in der Schrot oder Ding. Nimm die, hier ist eine Thompson drinnen. Thompson kann ich mir ja auch selber so kaufen. Na, da ist einer drin mit Munition. Wenn du Waffen hast, die du nicht brauchst, zum Beispiel, die kannst du auch zerlegen und dann kriegst du Materialien. Damit kannst du ja Waffen wieder bauen. Ja, aber Thompson kann ich gar nicht... Äh, Ding ist, was lohnt sich mehr, eine AK oder eine Thompson? Weil bei AK hat der großen Rückschluss ein Ding ist, Thompson glaube ich nicht. AK wäre dann besser. Aber kannst du nicht beide mitnehmen? Äh, nee, weil ich hatte ja gerade die andere... Ah, ach so. Ja, dann nimm die, äh, AK, ja? AKM? Nee, äh, äh. Kann ich halt die Thompson zerlegen. Ja. Warte, mach doch mal so. Also, ich bin so ein Stück weiter. Ja, ich würde von Ihnen ja alleine lassen. Ich denke einfach nur die Munition, weiss. Die Munition kann man immer gebrauchen. Ja, ja, ist richtig. Scheiße, na stimmt, das war aber hier keine Munition. Okay, die Antenne dreht sich immer noch nicht. Ist das der Sender? Oh, das stimmt. Äh. Ja, am Anfang dauert es halt immer noch ein bisschen länger, da was rauszusuchen, zu gucken. Ah, jetzt sehe ich wieder auf, sieh. Ich sehe den Turm. Das ist gut. Was wurden da ganz so... Boah, hier sind so viele Büsche, ey. Ja, die werden sich jetzt nicht in Busche gelegt haben, glaube ich nicht. Also, ein Gig scannen oder was? Mhm, musst du ja noch machen, oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt fertig bin, wenn langsamer müsste ich ja fertig sein, nicht? Wann sein? Und? Schon da? Ey, da ist einer drin. Wo? Ja, so. Der ist so langgeschlecht, oder was heißt? Also, ich beschütze mich mal, ich scannere. Nicht abgeschossen werden, wäre gut. Und? Also, hier ist noch einer, genau hier in dem Haus drin. Okay. Und die anderen, Ena ist nur noch an dem Zeitschloss, oder was? Nur noch einer, dann. Ja, wohl. Das muss hier in dem Kleenteil sein, oder? Ja, und... Nee, hier, hier, in dem Kleenhaus. Oh, da hinten ist er herannt, das ist da hinten, hier hinter dem Haus herannt, hinter den roten. Okay. Lass dich nicht erschießen. Jetzt hab ich schon wieder seinen Namen vergessen. Edeck, Yomek. Filme. Ja, kann ich mich fuhigen. Ich weiß nicht, ob der jetzt in dem roten Haus drin ist, oder? Nee, der ist hier. Shit, der hat mich, oh nein. Aber der ist gut angeschossen. Mucki, wo hast du denn hier? Hinter dem roten Haus, genau vor dir. Dahinter ist er, pass auf. Jetzt rechts gleich. Ja, der kommt rum, hier. Oh, das war jetzt heute, mein Kerl, den ich richtig. Wappen, wappen. Oh, hier, komm, nimm dir mal die Waffe hier raus. Drück mal auf die Ecke. Ja, wer ist hier davon? Warte, lass mich nochmal reingucken. Geh nochmal kurz raus. Munition, nehme ich gerne alles mit. Also, die hier. Ich lieg ja da oben, umgehe. Gerade zu weit. Warte mal, lass uns jetzt da, warte mal, wird mal stehen. Ja, die, aber die andere, das ist eine Mosin, was du gerade hast, ne? Ja, die ist besser. Ja, nimm mal die Mosin weg. Mosin ist halt Sniper und ohne Visier. Stimmt, dafür habe ich halt Munition. Warte, habe ich hier jetzt? Ne, ich wechsle das kurz gegen hier. Wo bist du denn? Ja, 10 Treibstoff. Wo bist du da hingegangen, Schatz? Na, ich stand ja noch hier auf dem Vodellsturm, ist genau gerade zu. Er muss, äh, er muss jetzt eigentlich nur den schmalen Gang hier lang. Guck, da lieg ich da. Oh, da hinko. Ja, hier ist nochmal, dann nehme ich die mit. Lass du seine Sachen mit. So. Und hier, äh. Ja, gut, du hast jetzt, weil wir noch kurz stehen, warte mal. Du hast jetzt. Wer ist, ich habe eine Sprotflinte und, ja, hier ist okay. Da war nur noch einer auf dem Map eigentlich, könnt ihr da es schaffen, dann könnt ihr euch noch den Drop holen. Ja. Eigentlich mal schnell. Willst du nochmal scannen? Ja. Ja, warte, ich gehe mal. Und wenn du scannst, dann markiere mal gleich den Ort, wo du zu sehen siehst. Wo ist die Karte dann schnell nach oben machen, ne? Und das was rot ist. Das ist er. Genau, hättest du die Karte noch? Hättest du es kalt auf? Ja. Und wo ist er? Wo ist noch so ein rotes Ding? Rottes Ding. Okay, mal irgendwie raus. Ja, so ein Punkt mit so Striche drumherum. Ja. So ein Punkt mit Strichen drumherum, wo wir es bei uns in der Nähe sehen. Ja, das ist, bin ich. Er kann doch sein, dass der raus ist, der andere. Kann sein. Dann geht doch zum Drop. Hier kommt der Drop runter. Ja. Ja, komm, gehen wir zum Drop. Warte mal, jetzt. Mal kurz gucken. Benzin habe ich nur vier. Wie viel Benzin hast du? Benzin habe ich zehn. Okay, alles klar. Wir müssen jetzt im Ausgang... Den anderen Ausgang ja nehmen. Den hier hinter denn. Ja, auch gar nicht bezahlen. Ja, auch gut. So. Musst du nächstes Mal, wenn ich scanne, mal im Stream gucken. Dann siehst du, was wir meinen. Welche die... Ja, genau. Ja, die kommt nach und nach, du. Am Anfang. Da kommt der Drop runter, da wo man... Mein Kopf auf eins mag ich hier. Hast du, hast du den versetzt? Ja. Okay. Nee. So. Muss jemand anders versetzt haben. Ich hab mal halt einfach da, wo so die Mitte wäre. Also hier muss er irgendwo runterkommen, dann bei euch. Okay, alles klar. Dann bleib mal, bleib mal hier in den Büschen irgendwo. Ich renne mal ganz kurz zurück. Und scanne mal ganz... Obwohl, jetzt kommt ja auch schon der Drop. Blödsinn eigentlich. Weißt du doch, nee. Ist nur noch eh, naja. Wer hat er da wohl schaffen. Ja, wenn er da ist. Er hat ja keinen gesehen. Also... Warte mal, wo kommt der Drop runter? Da hinten. Wo? Guck mal, guck mal nach oben. Da siehst du so eine grünen Fallschirme. Nee, rechts. Rechts oben. Guck mal Richtung Mond. Richtung Westen. Genau, über den Mond jetzt. Ich hab vor der bei 300. Schon fast unten. Large four. Go. Lauf. Faul ist, lauf. Ist da, ist schon gelandet. Ah ja, ist schon drunter gekommen. Okay, er liegt da. Was ist alles denn? Hast du schon mal einen Drop bekommen? Ähm... Kommt gut. Ich bin mit dem Tutorial erzählt, ja, aber ansonsten nicht. Okay, geh mal ran. Oh, warte mal. Moment. Ich hab mich vertan. Warte, kann ich dann nicht mal den Tutorial angehen, oder was ist das denn? Ähm... Warte. Nee, du musst warten, bis er fertig ist. Jetzt kannst du ran. Geh schnell ran. Das geht immer nur nacheinander. Ja. Geh nicht, ja. Aber das ist alles so dick. Da kann man doch nur noch eins mit. Jetzt kannst du mir... Hast du hier noch mehr so eine Kiste? Ähm, ja. Gut. Dann kannst du Andy hinterher gehen. Guck mal, da ist gleich so ein Ausgang. Guck mal ganz kurz. Weiter den jetzt nehmen, dann müssen wir den jetzt nehmen. Nein, schnell. Okay. Also mal, ich will nur schnell gucken. Ja, so komm. Geh mal. Da ist noch Nahrung, falls du die... Nö, ich hab irgendeinen Karpfen oder Feuer, also... Nö, manchmal steckt er es deckt er noch, wenn du schon Nahrung drin hast. Dann steckt er halt noch mal. So, hier müssen wir auf den Steg. Und ganz hinten links ist ein Boot. Nö. Und da müssen wir, ähm, ich bezahle jetzt die vier Chemie... Äh, äh, Benzin. Benzin würde ich haben und du musst den Rest bezahlen, wenn ich das... Oh, vielleicht reicht's schon aus. Ne, eh, 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 es muss noch bezahlen. Okay, gut. Noch warten. Du brauchst ja einsteigen, einfach nur warten, ja genau. Ich und Alina haben erst mal versucht, drin zu springen beim ersten Mal. Warum wird ein Boot mit fahrt? Eine Stufe... Ja, gut. Ich hab heute schon acht Kitzel gemacht. Ey, was jetzt mit die zählen? Ja, ich glaube, ich hab ein bisschen vor der Sonne, ich hab jetzt schon noch 13. Okay. Oder sogar hatte ich noch einer 30. Sogar 10 gemacht. Also viel, was ist sie lohnt. Ich bin schon wieder am Aachen jetzt. Ich kann sagen, ich wollte gerade sagen, ich bin schon wieder am Lassbim. Und das mal der Wachen wieder wegpacken. Ja, ja, genau. Ja, das ist richtig. Na, für Munition vor ein paar Wochen wollte ich vielleicht brauchen. Okay, bei mir hängt's. Echt? Na, kann ich nicht. Ein paar. Ich werde mal ein paar Sachen zerlegen, aber ein bisschen Material, obwohl ich... Ah, nee, ist egal. So. Leute, hängt jetzt... Ja? Was klar am Sagen, das Ding sich... Also noch etwas, bevor ich das mit euch hatte, Ding habe ich mit meinem Freund anders besprochen. Und das ist die Zeit jetzt dafür, naja. Dass wir heute in Minecraft-Film und Ender-Blangen besiegen. Ja, also, ja, du kannst ruhig. Ah, du kannst doch nicht. Ist kein Problem, alles gut. Alles gut. Ich will jetzt mal schauen. Tschüss. Alles klar, dann tschau. Vielleicht morgen. Danke, ja, danke für das Abo und... Wir hören uns. Wir können mal wieder... Ja, gerne. Bist eingeladen. Alles klar. Na dann, schönen Abend, genau. Also, wenn wir da... So, ja, das ist kein Problem. Ah, irgendwann rausgeflungen. Was ist ja, zum Abschluss nochmal hier. Ach, das ist so schön, dass die Probleme bestehen bleiben in dem Spiel. Ja, das stimmt. Habe ich eigentlich eine andere Zahnung für die Waffe. Mal gucken. Ah, man kann hier sowas. Mein, 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 mein. Wasser-Distiller. Upgraden. Elf Stunden. Elf Stunden, zwei Minuten. Fünf Stunden. Blöde Antenne, ja. Die Mike hat es wie Tage ausgebaut. Ja, ja, das... Guck mal. Hommelwirbel. Sogar hat es gerade noch ein Skinny kriegt. Sehr geil. Mal gucken. Ah, noch ein Gäste. Oh, ne, Kron. Oder ist ja viel. So. Dann, ähm... Ja. Guck mal, weil die Kirche hatte hier irgendwie ein Outfit. Sieht eigentlich alle nicht so, so gut aus, Zunik. Ich muss noch eh in Zitmal den Signaldetektor. Gut, gar nicht hier den Waffen-Skin. Was habe ich dafür in ihr habt? Die SV... SV... Die, oder die? Das ist ja. Da ist die bitte drin. Und hier habe ich... Hm. Oh, komm, ne, war hier die mal. So. Oh, wie neu ein Skinny kriegt. Ich wollte nur sagen, ich bin voll nett. Ich habe meine Sachen gespendet. Und ihm nie einen Loot gelassen. Ja. Voll sozial. Aber jetzt ist es vorbei. Mit sozial. Das will ich wieder alles selber haben. Ah, hier kannst du... Ja, hier kann ich sogar... Ja, fünf Außenseiter getötet habe ich jetzt... ...das Abzeichen drin gemacht. So bist du haltig? Schon lange. Ah, okay. Schon lange, was ich noch kriege. So. Im Großen und Ganzen... Aber das ist ja nicht mehr ganz so doll, oder? Ja, ja, ja. Jetzt merkst du schon langsam, dass es... ...auf jeden Fall langsamer wird. Ich schweige ihn an. Naja. Obwohl schon 60% Boost war, ey. Ja, sag mal, halt ich nicht. Ein Dings-René macht. Ein Bild. Warte mal. Bin mal kurz nochmal auf dem PC. Sag mal, wenn es so weit ist. Noch drei Zweierteams. Okay. Der hat eine Soomi bei, eine IS. Eine M60E3, was auch immer das ist. Ja, hab ich gar nie gemacht. AKM. Nicht du. Nee, du doch nicht. Nee, krieg's ja gar nicht mit dir. Ist ja nett. In der Zweierteam ist nur einer bewaffnet. Der hat nur eine Pistole bei. Und der hat gerade erst angefangen, bitte. Und der hat gerade erst angefangen, bitte. Passt Stufe 1. Ja, das ist ja gar nicht mit dir. Und der hat auch nicht mit dir. Und der hat auch nicht mit dir. Das ist ja gar nicht mit dir. Ich mach' mich mal. Und der hat auch nicht mit dir. Dann machen wir das nochmal in der Pistole. geht los wir zurück den okidoki drücken ist gedrückt also ich muss dahin dann ist man auf die neue karte muss noch 23 ort oder entdecken und ich brauche noch glas die kisten würde ich unbedingt haben rohstoffkisten ist wichtig finde ich ich war doch eben doch naja ist gut schon jetzt so viel spendet schon wahls ganz wieder mal was einstecken ich dachte die stöcker die die erste die das stört jetzt ist ein stöder sie sich ja nicht mit kinder artschen soll doch weiter nach links war der na ja links steckt so viel alt ein weiter staubsauger ja ja die antenne ist sie jetzt unten am wasser dann wieder ja wahrscheinlich schon also nicht am wasser sondern da wo sie immer steht sehen was er trotzdem heute schon ja der olle nebel die antenne und kommen noch hier von ich höre ihn die sind hier drin irgendwie ja die laufen glaube ich da oben drin in den großen haus hier irgendwo ich komme noch mal zur antenne würdig so dass sie sich nicht sehen ja er läuft zur antenne wahrscheinlich erinnerst dort hier hinten sind sie ist wahrscheinlich rechts weggelaufen noch also nach hinten weg ja da ist einer ganz nah hinten radix ganz schnell ja also oh da hat einer schon drop ach so der hat so eine dropkist der will hier bestimmt zum außen ja wohin denn wohl da da ist einer da ist einer da oben sinds weh also das ist der du jetzt der läuft hier zum ausgang los lass uns den holen der rennt auf dir drauf zu die hast du jetzt schon ne ne kappen haha oh der kappen drop oah 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 hä welchen hast das ist der frot den ich hier sehen wo ist denn der oah ach was auf der ist jetzt links ich hab grad noch Ich hab's gemerkt, ey. Oh nein. Ach, das nervt mich. Ich hab's versucht. Geh mir looten, ich hab schon Mühe bei. Ach so, da ist noch einer. Der lebt noch, der guckt grad hoch. Wer sieht's? Oh, guckt jetzt hinter dir auch noch einer? Ja, ja. Sind jetzt alle da? Ach, Mist. Hätte nicht vorlaufen sollen. Naja. Aber wahrscheinlich sind die anderen auch da. Mal gucken, schnell. Ja, sind noch welche. Naja. Egal. Egal. Hallo. Okay. Jo. Ich hab ne Belohnung gekriegt. Ich hab ne Belohnung bekommen. Glamerschön. Ich freu mich über ihr Geschenk auch. Möbel mal schnell gucken hier. Hm hm. Was hab ich gekriegt hier? Smoky? Ach, das ist ähm... Die spielen bestimmt, weil sie COD spielen. Ela hat da vorhin einen Chat gestartet. Ach so, deswegen... Ich dachte, wer ist denn das? Wer hat mich denn gerade hinzugefügt da? Ah... Ich wies nicht mehr, wie er helst den aus dem Namen. Oder warum nicht? Schön, das war gut. Okay, also ich nehm wieder... Meine Waffe... Die fängt echt cool, äh... Wollt ihr die bauen? Ja, das bringt noch zwischen... Zwei Stufen, naja... Egal... So... So... So 60 Schuss rein... Viel zu viel weiter mit den Umhaube folgen... Naja... So... Und hier... Wollen wir mal hier... Wie immer mit... Mal dreimal... Ey, kannst du wieder einen Schrimm packen, glaube ich... Oder? Na doch, doch, geht... Okay, ich starte, ja... Aha... Schauen wir mal... Ey, wir warten auf die neue map... Na, so... Ja, gut... Da hab ich schon gedacht... Auch vielleicht wollte ich nicht dran denken... Das kann natürlich auch sein... Ich suche danach aus, ob du ausgerüstet bist oder nicht... In 3er Team und Zwei Zwei... Ja... Mach ich doch... Mhm... Ah, der hat jetzt schon eine VZ 52 hier wer... Der hat eine RPK 74... HDR 97... Und Dün Dün... Mhm... Ja gut... Schauen wir mal, ob's machbar ist, wa? Mhm... Warte mal... Wie viel waren das jetzt... Wie viel hatte ich? Genau... Ja doch... 61 Stück... Hat 139, ne? Mhm... Ah... Bin's mir sicher... Also ich hoffe einfach auf ihn, der mal wieder die Taschen voll hat mit dem Zeug... Den ich hoffe nicht abschieße... Weil der letzte, der hat mir echt gut gespendet, der eine... Der hat echt gut... Der hat... Der hat ja gut getan... Der hat mir echt... Der hat mir echt... Also der war sehr speziell... War ein guter... Der hat sehr geholfen... War ein netter... Ein richtig netter... Kannst du nie anders sagen... Genau... Ach guck mal... Nur noch ein 3er Team und Zwei auch... So... Der hat... Ja gut... Die 2er Team auch gleich noch hat noch keine OK drücken... Komm, wir gehen gleich zur Anteil... Genau... Ah, da könnte noch welches spawnen, wa? Hm... Da sind Häuser, da kann ich schön glotzen nach äh... Ja, spawnen... Spawnen könnten da auch welche... Dann werden die auch die Antenne wahrscheinlich nutzen... Okay... Ich glaube ein bisschen leiser... Okay... Kann doch sein, dass sie erst noch hier unten so ein bisschen... Looten... Genau... Und dann... Hier zur Antenne rennen... Ja, gar nicht, ob das heißt... Manchmal brauchen die eine Weile... Ja... Bist du schon was da? Bist du Zauberin? Ja... Hinten am Schrank reingegangen... Vorgehen die Tür auf... Ja... Also 2... Am Lebkuchenhaus... Ena hier... Ena hier... Ena hier... Ena hier... Also ich schätze mal... Der gehört bestimmt um 3... Also... Bei uns gar nicht... Ja... Heißt du kannst ja... Kannst ja mal looten... Ich kann mal schnell shoppen hier... Genau... So... Du brauchst Glas... Ne? Also man sieht... All das Glas einsammeln... Ach... Du mir auch... Wirklich... Das erste Haus... Gleich mal eine niederianer Stimme... Ich verarsch... Oh, komm... Vollzeit gewonnen... Oh... Lass es liegen... Das mal... Er ist schon eingesteckt... Muss sterben... Muss ich nicht... Doch... Ne... Mann... Hier ist Glas... Es gab... Klasse von 18... Ein Foto... Ah... Hier unten ist ein Schatz... Äh... Wenn man so... Zitiert doch... Das ist doch hier... Ja... Gibt's hier... Bei mir hinten... Wenn du durchgehst... Ist hier bei uns... Jetzt müssen wir überlegen... Ey... 175... Das ging jetzt fix... Okay... Ich muss noch mal hinten... Zu dem roten Haus... Ist das hier jetzt... Ja... Bin mir unsicher... Dass das der Stein ist... Warte mal... Moment... Ähm... Er doch ist hier... Ähm... Da... Also... Hier... Ah... Hier... Lass mir das Glas... Ja... Boah... Volle Leute... Volle Leute... Nahrung nehme ich mit... Brauch ich... Ähm... Er braucht die nicht... Die brauche ich... Und... Metallbräuche... Metallbräuche... So wird Glas ganz behalten... Und... Chemie... Artex... Gerne gleich nochmal... Chemiebräuche... Noch Karte auf... Ja... Also... Da sind immer noch zwei... Die alle drei sind jetzt hier... Die wollen den Drops haben... Ja... Ach... Moin... Nec... Jetzt gerne... Na... Na... Los... Wenn... Ne... Ne... Können wir gleich wieder nach unten starten... Ist ja nicht... Ja... Aber das ist dann bestimmt wieder voll... Ja... Die haben so schön aufeinander... Wir hätten doch noch... Wer hätten bleiben sollen... Wir hätten doch bleiben sollen... Jo Art... Luh... Warten... 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 Dichterst sorpron 건� bout... Warten... auch noch erwarten so fahrstuhl musik wäre doch gar jetzt den vorschlag okay wenn wir jetzt bin ich zurück ab 105 mal an die bürde kann noch gar keine blaupause hatte auch mal richtig viel antibiotika aber auch wie hat es in letzter zeit ja ich habe ja das feuerzeug jetzt müssen wir noch mal vollzug angucken ja das hatte ich sogar noch nicht damit der tomate drauf hast du glück gehabt das vier stück schon mit 2 ja okay also nach die hat jetzt so klinik machen wir sind nicht hat jetzt kein geräusch gemacht ob es sich zufäll so klar hinter der bank und die kann doch dort ist ein paar platten machen ja ohne raus und die trolle machen kann schon sein aber ich habe es dann nicht gehört auf jeden fall kommt dann einfach nur ein fehlgesinnt und dachte da ist ja gar nichts aber trotzdem und dann war ich stolzer besitzer eines neuen feuerzeugs glück dass ich das schon hab juckt mehr gar nicht naja ist eh nicht so toll wie der treu stört sich trotzdem beim treu jetzt mich so siehst du und sogar den heik euch gespendet so euch wer es wäre wie ich weiß nicht wer von euch bin den treu genommen hat ja also hier ja vor wie vor wie vor wie nach 50 stunden wegen sturm wird ja die konnten ja nicht der flieger war das muss immer kommen dass er war ja schon da als die haben die landebahn schon berührt mussten dann wieder durch starten und sind wieder zurück nach antenn geflogen die sind viermal ins flugzeug ja hoffen wir haben sie nicht viel zahlen müssen dafür können ja natürlich nicht mehr so gut sagen dass unsere letzte woche drei teams müssen noch fahrgäu und ich ja wir hätten ja auch mal wieder bei graf koks und der prinzessin co d mit aber es gibt auch auf co d war gerade jetzt hier verfliegst du kannst du auch nicht streamen die scheiße fliegst du laufen raus die sind ja ein schönes also hier wer drei ist mehrmals vertreten gewährt drei ja noch mal wer drei oder die neue kann ja keiner aus quatschen ja schon ganz schön voller war jawohl ja sehr gut immer besser mensch es wäre doch nicht nötig gewesen also zwei zwei teams hat das also kommen jetzt ja hat er erinnert ihr wer drei beine den sommer aussitzt wird wir schön die antenne sein die gute mitteilung kann man erst mal hier unten runter gehen ja dann hörst du uns an vielleicht schalten die anderen werden sicher ausgehen können wir noch mal positiv also wird sie durch den tunnel gehen ach wir sind auf der beschissenen map das wieder ja da wollte ich ja hin noch nicht und 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 nischt außer spätseln genau ich weiß nicht ob wir dann durch den tunnel ist halt so blöde ding weil die können so weit drin gucken wenn die stillstehen in dem ding durch die blende da siehst du die nicht so schnell wie die dicht ja gut ob du jetzt da einer steht die ganze zeit da ist ja nichts da war also wenn der jetzt ein zeitschluss drin ist oder so dann sage ich ja okay ich gehe nicht davon aus dass da jetzt wieder drin ist was muss ich denn noch entdecken zwei orte noch drei ja 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 verrückt warum ist denn hier kein mischt glas mäßig das gibt es doch nicht was schon eingesteckt war ne ne er nicht in schrank ist wirklich wenig in den anderen heisern das immer so viel den anderen maps geführt mehr wie hier so ich bin jetzt ich bin schon unterwegs zum tunnel ja naja ich noch nicht ich weiß deswegen sage ich sie ja na ich wollte sie auch nur gesagt haben haha nicht das sei mir herum ja so wo willst du denn ey das ist echt zum mäuse melken ich habe schon wieder ein loch gefunden dann guck mal rein wie viele löcher jetzt dann pro map keine ahnung ne menge die ommel dann hau ruf und die kratzen sollte ja ich will morgen haare färben ich bin jetzt hier im tunnel in der seiten seiten tunnel im wartungsschacht relativ unspektakulär auf trotzdem ein bisschen leise recht lang hier jetzt noch nicht durch die doofen besetzt wo es echt schon zu händen ist noch mal ein raum glaube ich auf der rechten seite ja jetzt nicht viel drin hier ich habe wieder ein foto gefunden das gleiche vorne möchte jetzt behaupten müsste müsste hier irgendwo sein bei der antenne irgendwo ja doch doch da oben wäre dann links um wir über die antenne müsste eigentlich da sein ist voll ruhig oder aha ok geil die feine jetzt haben sie geschossen naja links hinten irgendwo wo ist die antenne die müsste hier oben rechts da ich sehe sie drehen oben rechts und hier unten es müssten da ich würde jetzt gar nicht scannen naja dann wissen die dass wir auch hier sind und sagen die sind da hinten also ja auch hier sehen ich würde jetzt nicht scannen weil dann wissen sie dass ein zweites team hier ist rein taktisch wird nicht so gut also hinten was ja auch wir müssen ja eigentlich die zeitschloss ab oder was können können wir wissen ob die jetzt alle gestorben sind so nicht da hinten ist der zeitschloss da hinten ist der zeitschloss ich bin jetzt ganz außen rechts muss erst mal sehen wie irgendwie und damit noch nicht betätigt ich habe jedenfalls noch nichts gehört ich kämpfe bestimmt ab und bestimmt kämpfer dann geht vielleicht gleich der mörserschlag noch ist kein roter kreis das ist nicht einfach ne 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 37 ne 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 Also... Ja, jetzt haben sie... Waren sie am Zeitschloss? Irgendwann betätigt? Ja, wollen wir denn nicht hier einfach warten und die abkämpft? Ja, ja, ja... Bin dabei, bin bei dir. Aber du musst auf der linken Seite ein bisschen gucken. Weil die können ja hinten können sie ja nicht weg. Das ist natürlich ein bisschen... Knackt dann da immer so eklig. Genau. Herr Körser? Ja. Ja. Okay, jetzt haben sie nochmal... allerdings wahrscheinlich von der anscheite jetzt so wenn wir jetzt zum traubrennen die töten aber sind vielleicht die mit den besseren waffenländern mit dem wir drei und so ja gut wir haben immer noch immer überraschungsmoment für uns haben die den wieder weit gehört ich bin tot rechte seite ich hab voll alt verballert aber doof von mir zu dicht mit der sniper ja ganz rechts da hätte die erst eine rausgegangen die sind relativ dicht links kommt da ich war zu dicht dran hätte da sitzen bleiben sollen warten sollen bis sie vorbeikommen 69 kälte denn auch gerade ist angefangen wo wir in meinem beliebten lade stream den ich schon aus wenn ich kann auch ging ja doch ging doch schneller bin ja beeindruckt das hatte gern die geschossen immer die andere war noch natürlich um einiges langsamer trotzdem immer die mit 60 schuss eigentlich die herstellen die waffe munition haben wir ja schon ja und du bist noch halb so schlimm schlimmer ist wenn du raus fliegst weißt du ach scheiße natürlich ist das doof wird wohl gleich passieren meins nicht so lange wie das schon dauert nö 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 und schon dauert ewig ja wenn ich dann machen wir jetzt frau ich bin wieder da was mit ignorieren ja dann machen wir jetzt so machen wir jetzt noch eine folge frau und dann ja genau genau quasi schon genau wenn ich glaube so ok dann bedanke ich mich an allen die zugeschaut haben und wünsche euch noch einen schönen abend schöne nacht und bis zum nächsten mal bei tschüss und abonnieren abonnieren ganz wichtig und leiden wir wollen ja wachsen ciao